Herzlich Willkommen zur 36. Ausgabe der Blitznews des Remschreiter Fernsehen Tele-DNW. Im Studio sitzt Ihre Putzfrau Michaela Westkamp und ich habe die Breaking News bis zum 17. Februar 2015 für Sie. Es geht nochmal um Karneval. Die Aufzeichnung war ja am Feinchen-Dienstag. Da ist ja noch Karneval, deshalb sitze ich ja wieder hier. Sonst wäre ich ja schon längst rausgeschmissen worden. Wir fassen mal die Rosenmontag-Züge als Bilanz zusammen. Schauen wir uns natürlich erstmal in Remschreit-Lennep um. Da war ja am Rosenmontag, dem 16. Februar 2015 der Karnevalszug. 30 Polizisten, Beamte des Jugendamtes und verschiedene Seelsorger waren unterwegs, um das Trinken bei Jugendlichen zu verhindern. Leider machte man wieder eine ganz schlechte Bilanz. Zwölf wurden festgenommen und ins Röntgenmuseum gesteckt. Dort ist nämlich die Sammelstelle gewesen für besoffene Kinder und Jugendliche. Jugendamt war auch da, Polizei. Und dort konnten die Eltern ihre Kinder und Jugendlichen wieder einsammeln. Zwölf wurden also dort hingebracht. Neun konnten wieder nach Hause gehen. Drei kamen ins Krankenhaus mit einer starken Alkoholvergiftung, teilweise mit Lebensgefahr. Eine sehr traurige Bilanz in Remscheid. Aber es gibt noch Schlimmeres. Ja, auch in Wermelskirchen, Dabringhausen ging was schief. Dort ist Folgendes passiert. Da waren es nicht die Fans vom Karnevalszug, sondern die Jecken selber, die einen dicken Unfall hatten. Und zwar sogar der Prinz. Der allererste Wagen, der Prinzenwagen oder der letzte, je nachdem wo er fährt. Der Prinz ist 40 Jahre alt, der Mann, der junge Mann. Und er schmiss ordentlich Kamelle, wie sich das gehört. Und hat das so weht gemacht, dass er prompt vom Karnevalswagen vier Meter in die Tiefe gestürzt ist. Er hatte dann nichts mehr zum Lachen. Denn vier Meter Sturz ist schon was. Und er hat sich die Wirbel gebrochen. Er konnte aber noch reden und war noch ansprechbar. Er brauchte dringend ärztliche Hilfe. Er hat einen Rettungswagen bestellt. Der ist nicht durchgekommen. Da war zu viel Tumult. Da griff man zur nächsten Maßnahme. Dann kam nämlich der Rettungshubschrauber. Und der brachte den Prinzen in eine Kölner Klinik, wo die Wirbelsäulenbrüche, die Wirbelbrüche behandelt werden. Er schwebt nicht in Lebensgefahr und ist auf dem Weg der Besserung. Katastrophale Meldungen über Karneval. Ich hoffe, wir haben trotzdem Spaß gehabt. Wir hier im Studio auf jeden Fall. Nächstes Mal ist mein Kollege Michael Wesskamp wieder da mit ganz seriösen Nachrichten. Und ich hoffe, er hat auch dann sein Jackett wieder anständig an. Und hier verabschiedet sich für dieses Jahr ihre Putzfrau Michaela. Das ist ganz schön kleingedruckt. Tele-Di-M-W K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K